Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Wahrscheinlich habt ihr es gestern schon bemerkt, es kamen keine neuen Videos. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich kein Material mehr habe. Na gut, vielleicht auch das. Aber in erster Linie liegt es daran, dass mir die Zeit fehlt. Ich habe momentan sehr viel mit meiner Weiterbildung zu tun. Und ja, ich habe jetzt innerhalb von einer Woche, muss ich jetzt vier Tests schreiben. Dann kommen jetzt bald noch die Klausuren. Dann bin ich eine Woche in Schottland, was wiederum bedeutet, dass ich da wiederum den Stoff nacharbeiten muss, den ich verpasse. Da kommt jetzt einiges zusammen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, erstmal den Kanal Alec auf Eis zu legen. Allerdings möchte ich sagen, dass das kein Abschied für immer ist, sondern es wird, und das habe ich konkret und fest geplant, Mitte Oktober wird es weitergehen. Nach meiner Schottlandreise bin ich nämlich, Moment, ich schiele das gerade mal im Kalender ab, bin ich nämlich, nach meiner Oktoberreise bin ich, also am 17. bin ich wieder da aus Schottland. Das bedeutet so circa, ich sage es jetzt einfach mal, geht es am 19. Oktober weiter. Das ist, ja, vor drei Tagen in einem Monat. Da wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich werde jetzt vielleicht heute Morgen, übermorgen noch die beiden letzten Folgen hochladen, die ich vorproduziert habe, also Yu-Gi-Oh! und The Walking Dead, genau. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall hochladen, die Tage noch, und dann ist auch erstmal Ritze. Ich habe zwar noch einige Videos vorproduziert und auch einige Let's Plays, allerdings, ähm, ja, lade ich die jetzt nicht hoch, erstmal zumindest. Ich werde das mir aufheben für schwere Zeiten vielleicht. Es ist leider momentan echt so, dass ich nicht zum Aufnehmen komme. Ähm, da ich auf Bus und Bahn momentan angewiesen bin, äh, und die gute Bahn mal wieder eine Meinung ist, Bauarbeiten machen zu müssen, bin ich immer erst relativ spät zu Hause. Da fehlt mir dann wiederum die Zeit, äh, aufzunehmen, weil ich denn noch lernen muss, weil ich Sonstiges für die Weiterbildung vorbereiten muss und weil, äh, ich ganz einfach auch noch ein Privatleben außerhalb des Internets besitze, um das ich mich kümmern muss. Und wenn das alles zusammenspielt, dann hat man einfach einen großen Knörkel von Sachen, die man erledigen muss, wo man, wofür man aber vielleicht irgendwie 48 Stunden am Tag braucht und die habe ich nicht. Und deswegen, äh, will ich das jetzt erstmal alles dazu bringen, dass sich das jetzt wieder so vom Stress her reduziert. Das würde dann so Mitte Oktober sein, weil ich da dann auch noch eine Woche frei habe. Und da kann ich mich dann ganz genüsslich darum kümmern, mal wieder ein bisschen was aufzunehmen. Ich hoffe, das wird dann auch täglich passieren, sodass ich dann erstmal wieder Vorlauf habe. Äh, dann ist es Mitte Oktober auch so, dass diese Bahnsache wieder sich reguliert hat. Das bedeutet, dass ich dann auch wieder zeitlich zu Hause bin täglich. Vor allem dann auch dienstags, beziehungsweise freitags. Was bedeutet, dass ich dann auch wieder einen Vorlauf habe, um vorproduzieren zu können. Und, ja, dann läuft das auch alles wieder, aber momentan ist es schwierig. Ähm, äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wobei es wahrscheinlich eh noch keiner mitbekommen hat, hatte ich jetzt erstmal einen Zweitkanal angelegt. Da wird es dann aber grundsätzlich um Bücherrezensionen gehen. Uh, und Bücher halt, und Let's Reads und sowas will ich da machen. Äh, weil ich hatte ja bereits in einem Agario-Video angekündigt, dass ich das ja so laufen lassen könnte, dass ich Agario spiele und nebenbei was lese, beziehungsweise dass ich vorspiele und dann einfach die Tonspur unterlege, wie ich etwas lese. Dachte ich mir jetzt, da ich echt Bock auf so einen Let's Reak-Kack habe und allgemein momentan auch irgendwie den Büchern verfallen bin, also ich habe echt meine Liebe für Bücher entdeckt, dachte ich mir, mache ich einen Zweitkanal. Auf dem wird es dann auch ab Mitte Oktober losgehen. Ähm, wo ich dann auf jeden Fall, äh, viel mit Büchern machen werde. Und für alle, die sich dann einfach mal Geschichten vorlesen lassen wollen, die können dann da mal einschalten. Den Kanal verlinke ich in der Videobeschreibung. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich wollte mich dann bloß erstmal für die Zeit bedanken, die ihr mir bis jetzt treu geblieben seid. Und ich hoffe, während der Zeit, wo jetzt hier erstmal keine Videos kommen werden, das ist ja jetzt ein guter Monat, äh, bleibt ihr mir weiterhin treu. Ähm, ich... Ich persönlich finde es auch sehr schade, weil ich echt Spaß an diesen Let's Plays habe. Aber wie gesagt, das Privatleben geht nun mal momentan einfach vor und ich dachte mir, naja, bevor ich jetzt einen Monat lang nichts raushaue, ohne euch zu informieren, gebe ich euch wenigstens eine Info. Auch wenn ihr da draußen nicht sonderlich viele seid, die regelmäßig meine Videos schauen. Und dann schauen wir mal. Wir sehen uns auf jeden Fall auf diesem Kanal, äh, Mitte Oktober wieder. Selbe Stelle, selbe Welle, würde ich sagen. Und dann wird es auch weitergehen mit The Walking Dead und Yu-Gi-Oh! Und ja, ich habe mich entschieden, ich werde Yu-Gi-Oh! sehr auf jeden Fall spielen und AKV vielleicht auch noch. Und, äh, dann ist ja auch so, dass jetzt noch FIFA 16 rauskommt. Dazu habe ich überlegt, eventuell ein Season-Let's Play zu machen. Ähm, das würde ich dann immer parallel laufen lassen zu den Spieltagen. Also, dass das quasi dann immer samstags kommt oder sonntags oder je nachdem. Äh, das werde ich ja dann sehen. Und, ähm, dann kommt im Oktober jetzt auch noch, äh, WWE 2K16. Darauf habe ich auch megamäßig Bock. Da würde ich dann gerne so einen WW Universe Mode mit euch machen. Aber das können wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ja, wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ähm. Hm. Und dafür auf jeden Fall, dass ihr regelmäßig zuschaut. Ich bedanke mich dafür, dass ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt oder einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und, dass ihr einen Kommentar da lasst. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für meine Situation. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wirklich mit Oktober hier wieder. Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt jetzt einfach abhauen. Ich finde euch. Das war nicht ernst. Gut, ähm. Dann würde ich sagen, Adios, amigos. Bis dann. Erholt euch gut. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag oder eine angenehme Nacht. Bis dann. Ciao, Leute.